Das sind wir, das sind wir, für die es bausameit hier. Das sind wir, das sind wir, heute alle zusammen zu dir. Grüß Gott von meiner Seite, als Bürgermeister der Stadt Hartberg bin ich stolz, das größte Fußballcamp für Kinder hier in Hartberg auch dieses Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Es ist eine Institution schon geworden über die letzten Jahre, eine Veranstaltung für die Kinder in dieser Größenordnung in unserer Stadt zu beheimaten. Unsere großen Sportflächen sind natürlich für die Kinder ein ganz, ganz beliebter Platz, ihren sportlichen Drang auszuleben und ich glaube, die Kinder, die stehen in dieser Sportwoche, in diesem Fußballcamp, in dieser Woche im Mittelpunkt und die haben ihren Spaß dabei, können hier mal ein Vereinsleben miterleben und sind sportlich begeistert an der Sache. Und in diesem Sinne bedanke ich mich der allen, die da mithelfen, dass das alljährlich stattfinden kann und wünsche Ihnen alles Gute. Bitte, Kinder, meldet euch an. Wir sehen uns dann im Sommer beim Fußballcamp. Danke. Wir sehen uns dann im Sommer beim Fußballcamp. Weil der DSV, das ist unser Leben. Seit über 70 Jahren gibt's schon den Verein. Drum sind wir richtig stolz, Hartberger zu sein. Weil wir für Hartberg sind, drum holt wir alle zusammen. Für diesen Fußballclub ein ganzes Leben lang. Jetzt stehen wir alle auf, gemeinsam sind wir stark. Für unsere Burmas Hartberg aus der Steiermark. Die Biere werden ausgeschenkt, die Stimmung, die ist gut. In allen unseren Adern kocht schon das Fußballblut. Sponsoren, Funktionäre, Fans, alle sind gut drauf. Für unseren DSV, das streben wir alle auf. Weil wir für Hartberg sind, drum holt wir alle zusammen. Blau-Weiß sind unsere Form ein ganzes Leben lang. Wir streben wir alle auf, gemeinsam sind wir stark. Für unsere Burmas Hartberg aus der Steiermark. Das sind wir, das sind wir, das sind wir, für DSV Sammerheit hier. Das sind wir, das sind wir, heute'n olle Zaun zu dir. Das sind wir.